Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Color Beauty 2 Black Ops 2 mit Stefan und wir. Diesmal Abschluss bestätigen. Noch Schwule? Ja. Angel, ich bin in IT. Wir sind extrem tolerant gegen Schwule. Aber bei Peter, da streckt immer den Hitler draus. Ist klar, Murat. Ja. Ich hab später vergessen meine Grafikeinstellung zu ändern, aber egal. Aha. Haha, was darfst du so jetzt nicht? Komm rein nach. Oh, es geht auch. So schlimm sind es in 30 APs. Hey, was? Wie soll ich meine Waffe gewechselt? LOL. Das hab ich mal verkackt gerade. Ich hab meine Waffe gewechselt, ohne dass ich das wollte. Mach sie unter Kontrolle. Mh, mh. Und hier. Das sieht aus. Sieht nicht. Das ist voll scheiß Welt auch. Als Slums. Was? War da der S-Mine, Alter. Was ein Stricher? Granate! Alter. Blintgranate geworfen! Auf die Beine! Will der mich trollen. Will der mich trollen. Ich bin mal die Waffe raus. Bisschen durchprobieren, ne? Oh Junge, der war tot. Oh, der war doch noch ins Wetter. Ja, Quatsch, der war doch nicht tot. Okay, mein, ich vergiss schon wieder meine Brille aufzusetzen. Ah. Auf die Beine! Auf einen Feind! Boah, ja, jetzt Steffen. Fällt hier früh ein, danke. Denn. Jetzt ist er da. Denn. Auf die Beine! Jetzt ist Steffen da. Der Held. Jetzt muss er warten. Na, Mann. Machst du dir auch so? Ich weiß. Aber irgendwie habe ich es gerade nicht so drauf. Ich bin immer ins Kopf. Hey, komm mal ins Kopf nicht aussehen. Was ist ein Dreck scheiß? Da war einer. Ich habe genau gesehen. Was? Der stimmt einfach nicht. Dein Vater stimmt auch nicht, wenn ich den abknalle. Habe ich jetzt gerade laut gesagt. Da. Ach, scheiße. War schon. Oh, leck mich doch! Ich habe diese Map. Ja, genau. Genau. Mach-Fix-Maschinen. Da war ich einfach nur so hart im Banne. Ah, Junge. Das muss ich gerade da nicht. Ah, Steffen checkt's nicht, dass ich mich aufnehmen werde. Ja, aber egal. Hört er dich jetzt? Ach so. Ja, danke, Steffen. Nein, der hört mich mit... Das bist halt nicht, ja, und Steffen, hä? Hä? Nein, der schreibt die ganze Zeit, und das zeigt er oben rechts an. Ja, ich weiß nicht. Na, ich weiß nicht. Na, ich weiß nicht. Ach so. Hallo, YouTube hat er geschrieben. Nein, ausgeschaltet. Jetzt können wir es auch vergessen. Aber die ganze Zeit, äh, äh, die ganze Zeit wird aufsich. Jetzt können wir es trotzdem vergessen. Warum? Ja, weil er die ganze Zeit verschreibt, oder? Na, wieso? Ja, ja. Mach du den den auch, ob das ist, oder? Ja, ja. Ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Ja, komm, komm, komm. Ich bin grad voll schlecht. Ich weiß nicht, was los ist. Vorhin habe ich alle abgezogen, ich weiß nicht, was los ist. Hast du die Spielverluste, oder? Ja, irgendwie schon gerade. Ein bisschen schon, oder? Junge, das hat ein Stück. Junge, der hat mich einfach weg. Will der mich trollen, oder was? Und vor. Hm. Junge, die sehen mich. Oder was? Ja, klack. Zwischendurch mal, ja. Geh doch mal drauf, du Stricher! Ah, was? Mein Messer an wollte nicht. Mein Messer hat nicht funktioniert. Kleiner Stricher, ne? Du kleiner, drickiger Stricher, so. Ey, der Penner hat mir meine Dingo geklaut. Komm doch nach! Ich hab zu ballern, du Stricher. Hä? Von der Seite kam noch einer, Junge. Du bist du erster, du Stricher. Was? Du bist erster. Du bist erster. Und? Ich hab ihn mal getroffen. Komm! Steht der die ganze Zeit da? Habt ihr das genau so in den Stand? Warte, dass einer reinläuft in seinen Lauf. Das kann doch nicht angehen. Das ist ja toll. Oh, ich hab... Jetzt gehen wir schon so gut wie verloren. Jungen, aber es kommt hier und dann plötzlich... Alter, ich kann mich keine 10 Meter bewegen, dass ich... Ohne, dass ich sterbe. Feindlicher Blitzschlag. Du bist ja schon wieder. Ich hab ein ganz... Ich hab noch keinen... Ich hab noch keinen einzigen Kill. Noch keinen einzigen Kill. Das ist ja komisch. Das war komisch und dieser einen Marx. Das ist riesig extrem hart gerade irgendwie. Was? Ich hab mich gedückt? Boah, will mich verarschen, alter Gedug. Ja, ist mir doch egal. Was? Schon wieder, alter, kann doch nicht angehen. Entschuldigung. Alter, das gibt's echt nicht. Ne, so einfach die Grundverschiede. Kann doch nicht angehen, der hat mich schon wieder getötet. Ich hab noch keinen einzigen Tod. Ich bin der schlechteste von uns im Team und bin schon 23 Mal gestorben. Jetzt mach ich ein verarschen, du stimmte... ... Komm, schiebt doch mal! Fickt euch doch einfach alle in den Arsch, die kleinen dreckigen Bastarde. Boah. Boah. Habt ihr Geld verarschen? So! Ich hab den letzten Abschluss gemacht, boom! Ne. Doch, hab ich. Ja, aber wir haben trotzdem nicht gezählt. Doch, ich hab mich geschossen. Scheiße, wir haben wirklich nicht gezählt. Weil die ja gewonnen haben dadurch. Weil die eigentlich gewonnen haben, so. Ja. Alter. Alter Scheiß. Wer hat der da durch abgeschossen? Keine Ahnung, ich werde es sich aufwenden. Oh, bis zum nächsten Mal haut rein, egal ein Schnittchen.